hallo und herzlich willkommen auf youtube letztes mal haben wir ein bisschen ton gesammelt ja und dieses mal müssen wir mal schauen hier ist auf jeden fall noch irgendwo ein labor was ich noch nicht entdeckt habe entweder hier auf der anderen seite wahrscheinlich dahinter irgendwie richtung bank denn das zeigt uns halt so ein symbol an ich bin mal neugierig ich hoffe ja nur ich keiner spinne entgegen laufen oder ich hoffe mal dass es hier schon weiter geht ich weiß halt nicht inwiefern dieses gebiet schon öffentlich ist aber wenn hier so ein kleiner käfer kommt ich denke mal die bank sieht schon cool aus wenn ich etwas auch schade das gebiet ist noch nicht es wird noch konstruiert schade aber sieht schon geil aus von außen es wird noch hergestellt leider also müssen uns beim nächsten mal merken irgendwann sobald ein neues update kommt und die damit fertig sind dann können wir das mal besuchen da müssen wir uns merken da komme ich jetzt nicht rüber ich habe nicht gesproken ja auch nicht nur aufmauern wir hier hin irgendwo hier müsste noch ein labor sein ja hallo spinni schläft auf jeden fall wieder ja gut irgendwo hier müsste ein labor sein schwer zu finden sammeln wir erst mal noch ein bisschen ton denn das brauche ich ja sowieso war aber auch das letzte mal stehen geblieben die ist hinüber wir bräuchten ein stück quarts um die zu reparieren das habe ich leider nur zu hause das heißt also wir müssen uns wieder auf den weg zurück machen gehen wir denn hier gerade hin war ja eigentlich nur wieder da hin ist gerade wieder eingeschlafen ja 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 ok franken ich kann man kann leider nur dachte man kann vielleicht jetzt habe ich verstanden man muss dann immer hoch runter man muss dann wieder die andere seite ok status heute anschauen naturkolle status kieselbeißer du hinterlässt eine spur der verwüstung und hast spaß dabei kleine arme mit groß muskeln lassen hammer kreisen ok wir haben grassack für eine k jetzt rasen mehr nachdem du deinen körper wieder ja orientierungspunkt verschafft dir ein besseres verständnis von der ergebung ja wobei grassacker das brauche ich wahrscheinlich gerade nicht ich probiere mal weiß eigentlich egal welches man erstmal hat je nachdem ob gras oder kiesel denke ich mal und das ist ein unterschied aber wir gehen mal gerade hier so lang aha wird denn der weg hier eigentlich lang allein so ein plateau hier äh ja ok 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 der käfer ist da eigentlich bräuchten wir die auch aber nein ich habe sie geschafft aber ich habe sie geschafft ich nehme das weil das hier wird ja eh schlecht sonst so dann müssen wir uns schnell mal auf den wege machen da hinten ist der wuchs war ich ja doch schon weiter weg als gedacht so dann gucken wir doch einfach mal ja war die ameis interessieren könnte das ja cool dann könnte man den sagen ja hier wenn wir mal bitte in meinen rucksack wieder oh ja ich laufe gerade in richtung spinnen das ist natürlich ein fataler fehler was denn hier waren wir hier schon scheint schon ich hoffe nur da ist nicht wieder dann irgendwie so ein wanze und schnell rucksack holen geschafft 180 170 cm hier 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 war ja klar dein kollegen und ab dafür ja perfekt da haben wir jetzt noch mal vier brücken irgendwofür brauchte ich das doch insekten haben schaden stabilen käfer teilen ist viel besser als ein einfacher kiesel haben warum man da wahrscheinlich je weniger schläge stimmt ja den könnte man herstellen aber hatte ich nicht doch nicht wahrscheinlich nicht weiter ein bisschen die region hier mal erkunden vielleicht kriegt man ja irgendwo noch pure wissenschaft steckt das böses versteckt noch nicht kennen da hinten sieht irgendwie das kennen wir hier wahrscheinlich hat irgendwie was google was ist denn das ein vogel da ist die krähe hoffe ich nur das lässt mich hier wow was ist das für eine schöne blume ich hab mal gesparen nein kriegt man nicht schade oh das wäre was gewesen wenn das hier ein blütenblatt ist dasselbe ah ok ist dasselbe schade ich dachte schon oh nein ich hab's gegessen aber es scheint wohl nichts gemacht zu haben also dass es gerade verdorben war ja nicht schlecht ok das blütenblatt hier jetzt auch mit dem wir es schon haben Kressenfaser Nektar egal Nektar ist auf jeden Fall gut weil das bringt uns Flüssigkeit und Nahrung gleichzeitig haben hier eigentlich nur ein klarer Vorteil aber von hier war doch auch wieder irgendwas und eine Hütte ich dachte immer dass wir ein Anzeichen dafür ist ja noch wenigstens müssen wir mal wo weitersuchen wo habe ich denn jetzt von den Vektor kann ich ja noch ein Stück ist Deck voll noch mal schon reichlich ein Stück haben wir davon auch schon kann man wie hier denn ne alle schade hätte ja sein können ok wir befinden uns jetzt mal da oben schon ok da hinten müssen wir dann wieder hin ach sieht schon geil aus auch mit dem großen Haus hier im Haus da hinten hinten irgendein Restaurant wahrscheinlich schon cool wir wollen dass man auch so schon relativ groß rumlaufen kann wirklich fast durch den ganzen Garten sofern das bald komplett fertig ist kommt noch ein bisschen was mit Teilen mit der Bank so weiter und hier wahrscheinlich wenn man hier dann auch tauchen kann wird ja wahrscheinlich auch noch hinzukommen jetzt schaue ich mir erst mal das da hin ist ja immer faszinierend ne was man so finden kann die hintersten Ecken sind von mir nicht sicher ich bin ja auch schon gespannt auf Assassin's Creed Valhalla das habe ich mir jetzt auch vorbestellt mal gucken wie das dann wird da soll man ja auch wohl eine Stadt bauen können einen Clan auf aufbauen so hier ist schon mal ein Ende ja 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 und dann mal gucken ne oppala so mit der Lampe von der Ruhe hier ist das der Dunkel vielleicht kommen ja auch irgendwann nochmal Fische hinzu das kann ja auch sein was sind wir denn hier wo das bestimmt ist schon rein schade ne so jetzt sein kann das wär cool aber wenn wir schon mal hier sind dann können wir auch gleich wieder Eicheln sammeln ich hoffe dass Eicheln wieder da sind ja die brauchen wir ja noch für unseren Zaun ich sehe da schon können wir da ein Spinnchen der würde ich jetzt nicht begegnen der würde ich nicht begegnen ja ein paar Rosen ältere hier hoch sind wir komm sieht schon geil aus hier so mit den Lichtern auf jeden Fall hat es sein Flair auch eine Distel hier oder noch noch ein bisschen ich habe nur sieben ja eigentlich noch drei okay dann fliegen da oben rum fliegen ist ja lustig ja nacht der Spinn da hinten läuft auch schon wieder eine nacht der Spinn ja ja perfekt ja hämmerchen ja ich weiß was ich bin ja ich bin ich bin ja ja ich bin ja ja das war ja mal komisch Ohne dass ich sie angreife. Aber Eicheln sind eigentlich wieder da. Das ist doch top. Wir brauchen gleich mehr damit. Wir können ja noch 6 mitnehmen. Wir haben uns da was zu essen. Wir müssen doch vorne bestimmt jetzt auch mal wieder welche sein. Hoffentlich. Jetzt nur, ich begegne nicht der... Wolfsspinne. Das wäre natürlich nicht so doll. War mein Begehr. Ähm, ja. Okay, hier sind wir. Auf jeden Fall das Labor. Boah. Hier sind leider keine, ne? Auf jeden Fall ne Spinner. Auf jeden Fall ne Spinner. Ah. Reicheln. Reicheln, ja. Oh, ist das ein Zauren hier. Perfekt. brauchen jede einzelne hier weil ich die eiche kappen wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig brauche ich war ja eher eigentlich schade das ist eine rarität jetzt wenn man sowas qualitatives bauen will das sieht schon mega geil aus hier echt so eine mega geile stimmung hier mit diesem lichtschein ist schon richtig geil gemacht kann man nichts zu sagen muss ich überhaupt lang okay ich muss noch weiter nach rechts ja das ist auch so wie in echt wenn es mal dunkel ist und so weiter sich dann auch so verändert dann laufen wir jetzt auch erstmal wieder nach hause das ist doch so leicht üblich riesig klein oder wird überhaupt nichts ich laufe einfach weiter kein fehler auch immer weil wir mit wenn wir sie schon hier sehen direkt hier bei uns ja doch es ist so leicht neblig komisch ich habe vergessen zu machen soll dann schlafen wir erst mal wieder da bedanke ich mich bei youtube fürs zuschauen und bis zum nächsten mal